Liebe Zuschauer, wir haben heute, wie Sie sehen, wieder einen Blumengruß und wir befinden uns gerade in der Muldentalhalle. Den Blumengruß wird die Ria Albrecht bekommen und wir gehen jetzt mal rein und suchen uns jemanden, der den Blumenstrauß mit übergibt. Ja, also was ich noch nicht erwähnt habe, wir befinden uns beim Volleyballturnier des Landrats und die Frau Albrecht organisiert das. Und warum sie den Blumenstrauß bekommt, das verraten Sie uns jetzt. Ja, hallo. Das Problem ist, die Frau Albrecht ist seit zehn Jahren für die ganze Organisation hier für den Volleyballturnier, sprich für den Pokal des Landrates, zuständig, hat seit zehn Jahren in Selbstopferung die Organisation vorgenommen, in freiwilliger Arbeit, hat die Firmen eingeladen, hat eigentlich dazu beigetragen, dass es seit zehn Jahren so ein tolles Event wird, wo 18 Teams, Firmen, die dabei sind, die auch eine Spende mit abgeben, auch die Unterstützung für die jeweiligen Sportmannschaften da sind. Also ich muss sagen, dafür gehört eigentlich der Blumenstrauß für die Frau Albrecht, auf jeden Fall. Super, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und überraschen Sie. Ja, wir würden ganz gerne mal kurz unterbrechen und die Frau Albrecht zu uns rufen. Wie Sie sehen, haben wir einen wunderschönen Blumenstrauß hier für Sie. Der ist vom Blumenladen zum Blumenkind. Warum Sie den bekommen, erst mal herzlichen Glückwunsch, sagt Ihnen Ihr Kollege. Liebe Ria, ich glaube im Namen aller hier zu sprechen, die auch seit zehn Jahren mittlerweile hier schon da sind. Die ganzen Teams, die ganzen Fans wissen gar nicht eigentlich, was du von der Arbeit leistest in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Die ganzen Teams einladest, immer wieder dabei bist und immer wieder froh bist, dass alle bei uns kommen. Und wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich für deine unwahrscheinliche Organisation, vor allem in deiner Freizeit, die du hier für uns und heute zum zehnten Jubiläumsturnier geleistet hast. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch, danke euch. Ja, also ich habe mit sowas überhaupt nicht gerechnet. Ich mache das, weil das einfach eine gute Sache ist, die wir hier begonnen haben. Damals mit dem Landrat Gerhard Geier, jetzt fortgeführt mit dem Henrik Reichen. Und ja, das finde ich halt toll und Ehrenamt, ja, gehört dazu. Das ist einfach so und vielen, vielen Dank. Sehr gerne und dann wünsche ich viel Erfolg beim Turnier. Ich denke, die Überraschung ist durchaus gelungen. Wenn auch Sie jemanden überraschen möchten und durch uns einen Blumengruß überreichen wollen, können Sie uns gerne kontaktieren per Mail, Telefon oder bei uns im Geschäft in der Langstraße 3 in Grimma. Vielen Dank. Vielen Dank.